Noam reibt alle natürlichen Zahlen von 1 bis 100. Wie oft reibt er die Ziffer 3? Von 1 bis 10 kommt die Ziffer 3 ein einziges Mal vor bei der Zahl 3. Von 11 bis 20 kommt die 3 nur in der 13 vor, also ein einziges Mal. Von 21 bis 30 kommt die Ziffer 3 in 23 und in 30 vor, also zweimal. Von 31 bis 40 kommt die Ziffer 3 9 mal als 10er Ziffer hoch und 1 mal als 1er Ziffer, also insgesamt 10 mal. Von 41 bis 50 kommt die Ziffer 3 nur in der 43 vor, also ein einziges Mal. Und so weiter, bis von 91 bis 100 kommt die Ziffer 3 ein einziges Mal vor. Insgesamt kommt die Ziffer also, wir rechnen die Summe dieser Zahlen, 20 mal vor. Und demzufolge ist Antwort C die richtige. Ziffer 4 Ziffer 6 Ziffer 8